Ich bin Mara, bin 18 Jahre alt, komme aus Hannover, bin Teilnehmerin auf dem Band hier. Ja, also ich habe ja gleich den Workshop Lebensrealität von Geflüchteten in Deutschland. Wie leben Geflüchtete in Deutschland? Welchen Vorurteilen begegnen sie? Im Workshop wurde ausführlich darüber diskutiert. Ich finde es sehr cool, dass SHL mir oder den 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit bietet, mehr darüber zu erfahren, weil es wahrscheinlich auch viele Menschen gibt, die da sich gar nicht so viel mit auseinandergesetzt haben, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist und ja, gute Sachen.